Ich kann nicht mehr. Also wenn irgendwann mal so ein Mittelalter Krieg wäre, ich wäre schon längst jetzt weg. Erstes Spiel? Leiter Golf. Schau mir. Hast du das noch nie gespielt? Nein, aber ich bin talentiert. Wow, du bist wirklich talentiert. Was ich an meine Hände nehme, ist immer gut. Eins. Jetzt brauchst du schon drei, oder? Ich habe gewonnen. Nächste Spiel. Aber du bist talentiert. In alles. In alles. Nächste Spiel? Bogen schießen. Sehr schwierig. Aber du hast zu viel zu entscheiden. Es ist schwierig. Es ist schwierig, oder? Große Bar. Noch ein paar Punkte für dich? Alter, Alter. Ich habe gerade meine Hände gespürt. Oh. Zählt oder nicht? Meiner war auch da. Also wenn irgendwann mal so ein Mittelalter Krieg wäre, ich wäre schon längst jetzt weg. Aber meiner ist weiter außen, ne? Ja. Also ich muss treffen. Ey! Flatter! Wenn dein Gesicht da hätte, hätte ich getroffen. Nächstes Spiel. Papierfliegenbasteln. Welche Technik? Ich habe keine Technik, ich werde nur improvisieren. Wie hast du gesagt? Ich weiß. Ja, die ganz normale. Origami. Ich mag diese zehn Jahre früher. Ich habe vergessen. Ich kann gesehen, wie ich fliege. Wie lange ich habe? 20? Wie lange ich sie spürt? Wie lange ich sie spürt? Das ist schön, oder? Du hast so einen Flugzeug gesehen? Ja, das ist ein Helikopter. Helikopter. Weißt du? Concorde. Das ist ein Helikopter. Das ist ein Helikopter. Oh mein Gott. Das ist schön. Ich habe keine Chance für mein Helikopter. Der Helikopter macht so. Schade. Nächstes Spiel. Der Ball von der Mittellinie Richtung Tor schießen, sodass er nicht über die Linie geht. Du rollst es oder was? Ja. Boah, gut. Nein. Zu viel. Schade. Egal. Mach zwei Meter. Ja, eigentlich schnell. Nein. Komm, ich mache richtig. Nein, doch. Zu wenig. Ja. Schön. 2-2. Nächstes Spiel. Abpumpen. Schade. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Hey, was ist das? Ja. Ich kann nicht mehr. Oh nein. Kommwatulation. Danke, danke. Kann ich so sagen, was mir die Bombe. Danke.